Wir sind wieder zurück in Far Cry 3. War das ein Tiger? Das war ein scheiß Bär. Ja. Scheiße. Also Bären hier sind mit die schlimmsten Tiere. Oder die stärksten. Ja. Kann man so sagen. Ah nein, komm komm. Ach scheiße. Ey komm, das ist ein Wildschwein, wenn das mich jetzt angreift. Flipp mich hier aus. Sehr spannende Musik. Ja, ja. Okay, da. Das wird auch nicht mehr dein Klima sein, wenn wir mit dir fertig sind. So. Ah du Wichser. Geh doch weg. Ah ist der dumm. Sind die schlecht? Ja. Einfache Sache. Sind die so schlecht? Ah der. Ach, das sind besoffene Draufgänger. Nein, das haben die gesehen locker. Ja klar. Okay, sie haben mich noch nicht entdeckt. Ganz ruhig. Wow. Ich habe mich noch nicht gesehen. Es gibt dreifach so viele Punkte, wenn sie dich nicht sehen und du dann das Quartier einnimmst. Genau. Was aber jetzt. Ja. Ordentlich, ne? Ne. Oh, Junge, Junge, Junge. Ähm, okay. Brenzliche Lage. Ja, okay. Jetzt hat er mich jetzt. Ist egal. So. Bam. Weg. Das war die Infiltrierung dieses Camps. Und jetzt kannst du ja noch zeigen wie ein Hai, wie eine Hai Tötung aussieht. Oh, ja, ja, okay. Das war wieder unsere Homies. Ja. Super Homies. Ja, das blöde ist hier kein Schiff. Und es ist Nacht. Woo, Wingsuit! Kannst du ja mal sagen, warum du die Wingsuit hast? Achso, ja genau. Ich habe den Wingsuit, weil ich das Spiel durchgespielt habe. Das bekommt man kurz vor dem Durchspielen des Spiels. Und wenn man auf die zweite Insel fliegt, muss man ja irgendwie mit dem Flieger, vom Flieger runter springen und dafür haben wir den Wingsuit bekommen. Ähm, das ist jetzt keine so gute Idee rauszuschwimmen, weil dann machen mich die Haie kalt. Okay. Dann zeigen wir jetzt nächstes Mal. Nächstes Mal. Wenn's wieder heißt, Parkway 3. Joa, bis zum nächsten Grad.